ja hallo und herzlich willkommen liebe bekannte liebe freunde grüß euch alle ganz herzlich mein name ist anja und heute möchte ich wieder große rückung bret von spielern ich befinde mich hier auf dem die wacht und die wacht aufschlagen gleich starten so lager abbrechen gleich um vierte nach sieben starten wir hier unsere mission hoffentlich schönes wetter es regnet nicht und schneit auch nicht und ist auch hell es regnet wie durch das regnet relativ mal starten es regnet wie verrückt wo ich befinde mich hier auf einer insel ist der behemoth aber ich habe gerade die platte ich weiß nicht ich bin gespannt ob es funktioniert diese spreche zum beispiel einmal entsprechen einmal mich sprühen und dann den kubschrauber schön im kubschrauber und dann sieht mich bestimmt genau ich bin gespannt und lasst mich mal schon wieder wieder landen wieder sprühen ein das ist auch nicht eigentlich ein kleines min Das ist normal, wie sich das spielt. Und da? Die Seite. Verletz dich. Herz kommt ein. Er. Ne, nicht das, so, Raketenwerker habe ich nicht mehr, aber gar keine mehr, aber die Kälte ist schon zerstört. Das ist nicht mehr in den Rekordhausen, der andere Richtung, der von hier, der von da, weg, habe ich noch den Spray. Ja, habe ich den Spray. Das dauert viel zu lange, bis es wird hier die Waffe geladen. Bis dann sieht mich schon. Jetzt ist Platz. Weg, weg, weg. Ich habe sie platt gemacht. Ich habe sie platt gemacht. Wie lange hat es gedauert? Paar Sekunden. Paar Minuten, nicht Sekunden. So, sie ist fertig. Das war geil hier. Hat wirklich Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal. so ispert